hallo meine zuschauer und willkommen zu einem neuen video ja ich weiß ich bin etwas leise tut mir leid aber ich möchte nicht dass er dieses ins mikro pusten hört hoffentlich verzeiht ihr mir das ja wir spielen heute in light dangerous ein weltraum spiel von richtig geilen entwicklern die wirklich weil ich kann eigentlich dazu sagen schaut euch einfach selber an wir werden dieses spiel ich werde euch das spiel ein bisschen zeigen was man da so machen kann ich habe gerade eine idee bekommen hat das mal einfach manchmal muss man sich ein bisschen so fass mal auf schwarzes brett was brauchen wir müssen wir so viel diese maus t besorgen ich guck mal gerade ob es agrarmedikamente gibt das ist doch mal kurz schauen agrarmedikamente da einkauf flachtraum bei maximaler kapazitätsauslastung gut denn wir bringen jetzt diese medikamente nach malet zielort koelho station ok machen wir das wir kriegen mit 22.000 dafür das ist gut malet man es malet 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 meine navigation gucken wir mal da nach malitz roß malitz das mal mattes lichter gattelort okay zu dieser station müssen wir gut dann würde ich sagen fahren wir mal hoch und bringen unsere dinge dahin auf geht's leute schaut es euch an das spiel ist einfach umwerfend einfach unbeschreiblich es tut mir leid wenn ihr mich mit uns ab die karten hört rechtlich meine absicht ja geht's aber bitte mit leiserem wenn ich grafik leiserem tun tot und tot anwenden und weiter geht's sorry wir sind schon draußen wir sind erst aus der massen sperre raus ansonsten haben das problem sieben lichtjahre von uns entfernt sie müssen wirklich noch mal was jetzt system und dann besser auf ja und das mehr Mega geil aus. Wir müssen nach Mathe tun, dort unsere Waren abzugeben. Vier, drei, zwei, eins. Hui. Schaut es euch an. Alter, mega cool. Eieiei, diese Sonne mal vor allem auftaucht. Das erschreckt einen manchmal. Okay, jetzt müssen wir zur... Wie hieß die Station? Irgendwie hieß die Station noch. Ah, da ist die Station. Perfekt, okay. Aber ist das Tent, wo ihr seht? Wie gesagt, naja, kommt was unter uns. Nach da. Da ist die Station, okay. So, jetzt ist der Superkursassistent aktiv. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts mehr machen. Aber ich muss trotzdem mal ein bisschen gegensteuern. Nicht, dass da irgendwas passiert. Und der Ton ist lauter als ich. Aber es ist mega cool. Wir kriegen jetzt 24.000 dafür. Also, hallo. Wollen wir schon sagen, das ist schon viel. Wir haben 5.000 ausgegeben. Wir haben noch 5.000, oder? Ja, 5.000, oder? 870 da vorne ist die Station ist wunderschön wir sollten langsam mal abbremsen, hab ich das Gefühl sonst rasen wir da mitten rein aber ich kann jetzt machen, der ist super cool, es macht alles da ist er blauer Brut Mathe 3 vielleicht können wir da sogar drauf landen das sieht interessant aus wir haben irgendwie auch einen Rover, pass mal auf doch nicht ok ah, es gibt auch Sinn weil wenn nämlich ja unser Fahrtraum voll ist da unten sich dies weiß nicht, das ist auch einer der hier im Landkreis ah, wir halten an hallo wir wollen gerne anhalten hallo oh Gott hallo da die 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 absicht der katar ist dieser schutzwecke ist okay ich habe es uns gelandet einfordern er und er hat er hat die so wichtig heiliger muss das ist das System bewerben die Polizei wir bringen die Lieferung vor uns von dem sind ja macht das schon sehr ernsthaft machen wir einfach selber er hat man steht hier einfach nur die an und dann macht er schon alter der war ganz knapp der boy das ist natürlich auch Ah nein, weil ich glaube ich lecker habe, aber ich gucke mich. Aber tut mir echt leid, wie es gerade andersher ausgeladen wird. Und jetzt ist ein Brühen Nabel. So, jetzt eher genau, er steckt nicht mehr. Jetzt haben wir jetzt ein Brühen Nabel. ja okay zuerst unseren auftrag ab soll gehen hier und kursalexia ist drin und genau das brett und jetzt haben wir hier zwei harten abgehen die station hallo ich möchte gerne waren liefern bestätigen bitte bestätigen sie mink die menge der zu lieferenden waren wachen teilweise abgeschlossen ich weiß nicht hoch machen gegen was stimmt hier nicht ach man abholort wir haben es nicht mitgenommen okay Leute ich muss noch mal zurückfliegen und dann sehen wir uns hier wieder wenn ich die Ware mitgenommen habe bis gleich also ja wie gesagt bis gleich so Leute wir sind hier nochmal bei unserem mindestens Doc Problem hier ist jetzt jedoch dass ich keine Fachbücher habe also nicht genug Platz und deswegen dass ich mitnehmen konnte und Prozent ja deshalb wird es nicht gehen ich finde ich es ist jetzt an dieser Stelle beenden ich glaube es ist und das ist ist tier ich denke ich sehr gut das ist gesehen Prozent was gut und ciao heute wird gehen mal